So, das ist jetzt ein normales Zimmer im Aquamarine. Die Zimmer hier sind alle gleich im Jazz Aquamarine. Also es sind immer, die maximal belegen sind, zwei Erwachsene, drei Kinder. Hier vorne ist das Elternschlafzimmer mit Fernseh. Hier draußen ist dann eine kleine Terrasse. Und wenn man hier wieder zurückgeht, vorne, hier ist dann das Badezimmer. Und hier ist dann Platz für die beiden Kinder.